Wir haben Milo Milone von der Band Ronda zu Gast im TalkDot und sind jetzt Backstage im Knust und wer ist auch da? Unser Ex-Gast, John Flemming-Osen. Hallo John. Und Milo. Und das Schöne ist, dass wir jetzt eigentlich mal John fragen können, was überhaupt auf Milo zukommt. Ja, achso mich jetzt. Ja, was kommt auf dich zu? Also ein sehr kurzweiliges Gespräch, würde ich sagen. Viele interessante andere Gäste, eine verrückt wilde Kamera, die das ja alles in eins mitkriegen muss. Und ja, schöner, bonter Abend, würde ich mal sagen. Sowas in der Art. Stell dich drauf an. Ja, klingt gut. Willst du damit einverstanden? Ja, auf jeden Fall. Dann freuen wir uns auf den TalkDot. Tschüss.